Heute möchte ich mit dir mal Tacheles reden. Was ist eigentlich Selbstbewusstsein? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich meine Reise begonnen habe, um mehr Selbstbewusstsein zu bekommen, habe ich keine Ahnung gehabt, was ich tun soll und wurde erschlagen von so vielen Blogartikeln und Büchern und Meinungen und so weiter von überall, dass mich das eher mehr verwirrt hat. Und das soll für dich heute enden. Denn heute in diesem Video und auch in den folgenden Videos in den Selbstbewusstseinspezialen werde ich darauf eingehen, auf das System, das kugelsichere System, wie du ein kugelsicheres Selbstbewusstsein, ein felsenfestes Selbstbewusstsein aufbaust. Das ist etwas, was normalerweise nur den Männern in unserem Coaching vorbehalten ist. Das heißt, wenn du bei unserem Coaching bist, dann wirst du das, was ich dir jetzt mitgebe, wirst du bei uns im Bonusbereich, im Coaching, in der FLIR Masterclass bekommen, als Videokurs. Und das möchte ich dir heute komplett kostenlos mitgeben. Was heißt heute? Es werden wahrscheinlich vier Folgen werden. Wir fangen nämlich heute an mit der ersten der vier Säulen von Selbstbewusstsein. Und damit herzlich willkommen zum Freunden finden Podcast. Mein Name ist Dominik und lass uns loslegen. Und damit nochmal herzlich willkommen aus Zypern übrigens mit dieser wunderschönen Kulisse. Es ist Oktober und es sind noch knapp 30 Grad und es ist sehr warm hier. Und ich hoffe, dass ich gleich hier nicht verbrenne, während ich hier dir diesen Selbstbewusstseinskurs hier, im Prinzip, was es ist, einmal mitgebe. Und wenn du das Ganze als Audio hörst, dann sehr gut. So kannst du machen. Diese Folge ist speziell für YouTuber erstellt, damit du, also weil ich hier eine visuelle Grundlage habe, an der ich dir zeige, wie wir das Selbstbewusstsein aufbauen, wie wir felsenfestes Selbstbewusstsein aufbauen. So. Und deswegen lass uns keine weitere Zeit verschwenden und direkt reingehen. So, wie du hier siehst, ist Selbstbewusstsein, laut meiner Methode, in vier Säulen aufgeteilt. Und wir werden uns heute hauptsächlich mit Säule 1 beschäftigen. Das heißt, wenn du das nicht verpassen möchtest, wie wir über Säule 2 sprechen, Säule 3 und Säule 4, also die Körpersprache, die Emotionen und das mentale Selbstbewusstsein, dann auf jeden Fall abonnieren, damit du es nicht verpasst. Und die Glocke klicken, damit du daran erinnern wirst, wenn das nächste Video rauskommt. So, starten wir. Was ist eigentlich SBS, Selbstbewusstsein? Was ist das eigentlich? Du hast dich ja schon mal irgendwie gehört, also das ging mir damals so, als ich meine Reise vor langer Zeit, vor 15, über 15 Jahren begonnen habe, als eher schüchterner Mensch. Da habe ich sehr oft dann einfach gelesen und gehört, in Blogartikeln und so weiter. Es geht darum, sich seiner selbst bewusst zu sein. Aber was heißt das? Das klingt ja halt so, das klingt so bedeutungsschwanger, aber was heißt das? Wie sind wir uns unserer selbst bewusst? Was ist unser Selbst und so weiter? Ich habe das Gefühl, dass einfach jeder das irgendwie abschreibt und keiner wirklich weiß, was es bedeutet. Keiner kann es wirklich erklären. Und wenn, und ich lehre dieses System, ich bringe dieses System seit über 10 Jahren Männern bei. Menschen generell bei. Und selbst ich habe keine Ahnung, was das heißen soll, sich seiner selbst bewusst zu sein. Und wenn ich das nach über 10 Jahren schon nicht genau weiß und die erklären kann, dann kann doch niemand von dir verlagen, dass du das weißt und verstehst, sich seiner selbst bewusst zu sein. Also kann es halt irgendwie vielleicht nicht so wirklich funktionieren. Aber vielleicht stehe ich auch alleine da. Vielleicht weiß ich auch als Einziger nicht, was das bedeutet. Aber Selbstbewusstsein, wenn wir uns das anschauen, hat entsprechend drei Wörter, die es miteinander vereint. Das Selbstbewusst und das Sein. Und Menschen gehen dann davon aus, dass es dann heißt, dass man seine Stärken und Schwächen kennt und so weiter. Wie ich hier schon gesagt habe, sich seiner selbst bewusst zu sein oder generell einfach zu sein, sich selbst oder selbst zu sein und so weiter. Das klingt ja alles richtig geil. Aber was heißt das? Wie gerade schon gesagt. Was sind denn deine Stärken und Schwächen? Wie findest du das heraus? Und vor allem, was bringt es dir, das zu wissen? Was bringt es dir zu wissen, was deine Stärken und Schwächen sind? Machst du dann da was draus? Oder weißt du das einfach nur? Und wann weißt du wirklich, dass du wirklich alles darüber weißt? Also, die Kollegen, die das schreiben und in ihren Videos veröffentlichen und so weiter? Ich meine das gar nicht negativ denen gegenüber. Und die meinen das halt alles gut. Sie wollen halt dir helfen, genauso wie ich dir helfen möchte. Und wenn du das halt bei den Kollegen verstanden hast, so cool, dann sehr gut, mach genau da weiter. Wenn du das bisher noch nicht verstanden hast und bisher immer noch suchst, wie du selbstbewusst werden kannst und wie du die Unsicherheit und die Zweifel und so weiter ablegst, dann lade ich dich dazu ein, dass wir uns vielleicht dieses System hier einmal anschauen. Also, was ist denn Selbstbewusstsein? Beziehungsweise, was ist Selbstbewusstsein? Nicht. Selbstbewusstsein ist keine Einbahnstraße. Was meine ich damit? Viele Menschen glauben, dass sie, dass sie einfach an ihrem Selbstbewusstsein arbeiten und dann ist gut so. Aber, aber mit welcher Grundlage? Wie? Und das beste Beispiel, was mir dazu eingefallen ist, stell dir vor, du bist, stell dir vor, du bist auf einer Party. und du benimmst dich voll daneben und benimmst dich halt wie der Elefant im Porzellanladen und pöbelst jeden an und so weiter und plötzlich kommt der Gastgeber oder einer der Gäste auf dich zu und sagt, du bist voll das Arschloch und jetzt stell dir vor, du würdest sagen, nee, bin ich nicht. Jetzt habe ich hier einen zu früh hier aufgemacht. Stell dir vor, du würdest sagen, also jemand würde dir sagen, du bist voll das Arschloch und jetzt würdest du sagen, nee, bin ich nicht. Das ist doch nicht an dir, das zu entscheiden, oder? Das ist doch nicht deine Aufgabe zu entscheiden, das ist doch nicht in deiner Macht zu entscheiden, ob du selbst, ob du ein Arschloch bist oder nicht. Das entscheiden doch die anderen über dich aufgrund deines Verhaltens. Und genau so funktioniert es mit dem Selbstbewusstsein. Andere entscheiden, ob du selbstbewusst bist oder nicht. Nicht du. Und das ist so paradox, weil wir wollen ja selbstbewusst sein. Und dann entscheiden das andere. Aber genau das ist das Ding. Wir können uns nur in irgendeiner Form verhalten, der der Welt gegenüber zeigen, in einer selbstbewussten Form, die Selbstbewusstsein oder die selbstbewusste Tendenzen ausstrahlt und andere spiegeln uns dann wieder, ob wir selbstbewusst sind oder nicht. wie wir das Ganze machen, darauf gehen wir in den folgenden vier oder jetzt dieser und die folgenden drei Folgen darauf ein. Denn was ich dir einfach mitgeben möchte, schon mal vorweg, du bist schon selbstbewusst. Und jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, nee, so selbstbewusst bin ich gar nicht. Nee, da vertust du dich, wenn Leute dir das sagen, irgendwie wenn du mal in einem beruflichen Kontext bist und dann sagen die Leute, ah, du bist schon selbstbewusst und dann sagst du, nee, bin ich nicht. Nee, bin ich nicht. Das ist vielleicht gerade nur in diesem Fall so. Oder warum bin ich da in einem beruflichen Kontext selbstbewusst, aber in einem privaten nicht. Und genau diese Sachen habe ich dann auch damals Leute gefragt, weil ich wollte mehr Selbstbewusstsein aufbauen und bin auf Leute zugegangen, die ich als selbstbewusst empfunden habe und habe denen genau das gesagt. Du bist so selbstbewusst, wie machst du das? Und die haben mir immer wieder, also die Antwort, die sie mir unisono zurückgegeben haben, ist, nee, so selbstbewusst bin ich gar nicht. Und das fand ich so merkwürdig. So merkwürdig. Weil sie haben auf mich doch so selbstbewusst gewirbt. Das heißt, Selbstbewusstsein kann nicht damit zu tun haben, dass du dir das Selbstbewusstsein aufbaust. Es kann nur damit zu tun haben, wie du auf deine Umwelt wirkst, auf deine Mitmenschen wirkst. Und damit baust du dir dieses Selbstbewusstsein auf. Nicht andersrum. Also es ist nicht deine Aufgabe zu urteilen, ob du selbstbewusst bist. Selbstbewusstsein ist immer ein Dialog. Du strahlst gewisse Dinge aus und Menschen spiegeln dir dein Selbstbewusstsein wieder. Nicht du strahlst Selbstbewusstsein aus und oder du musst selbstbewusst sein und dann bist du selbstbewusst. Nee. Du verhältst dich auf gewisse Weise, du lässt gewisse Dinge weg und dann spiegeln die Menschen wieder, dass du selbstbewusst bist. Das ist immer ein Dialog. Das ist immer Kommunikation. Wie halt schon der Religionsphilosoph Martin Buber gesagt hat, der Mensch wird am Du zu und ich, was heißt das? Das heißt, du kannst halt nur im Austausch mit jemand anderem erkennen, wer du selbst bist. Wir brauchen andere Menschen um uns herum, um herauszufinden, wer wir wirklich selber sind. Wir brauchen andere Menschen, um unser Selbstbewusstsein aufzubauen. Und die anderen Menschen spiegeln unser Selbst wieder. Wir gehen in Resonanz mit jemandem. Das ist halt wie, hier werde ich dir gleich ein Video zu einspielen. Das ist wie eine eine Stimmgabel, die auf eine gewisse gestimmt ist. Und wenn eine andere Stimmgabel daneben ist, dann schwingt sie nicht, wenn die auf eine andere Frequenz gestimmt ist. Wenn aber die Frequenz, die Stimmgabel, die nächste Stimmgabel auf die gleiche Frequenz eingestimmt ist wie die ursprüngliche, dann schwingt sie automatisch mit, wenn wir die erste anstoßen. Das ist Resonanz und das schauen wir uns gerade mal an. Wenn wir unser Selbstbewusstsein aufbauen wollen, dann ist es auch wichtig zu wissen, wie schaden wir unserem Selbstbewusstsein eigentlich. Und das schauen wir uns jetzt an. Es gibt nämlich bestimmte Signale, die wir aussenden und bestimmte Merkmale, die wir ausstrahlen, die niedriges Selbstbewusstsein ausstrahlen und die auch zeigen, dass wir gerade uns nicht so wohlfühlen in unserer Haut. So, was sind diese Signale? Das ist unter anderem so, wie ich es nenne, das Schüchternheitsparadox. Weil jemand, der schüchtern ist, der ist halt schüchtern, weil er anderen nicht irgendwie auf den Schlips treten möchte. Der möchte nicht negativ auffallen. Der in einer Gruppendiskussion ist er eher ruhig oder in einer Gruppe generell ist er eher ruhig. Er möchte nicht seine Meinung aufdrängen und so weiter. Und das führt dann dazu, also sie wollen halt nicht, als schüchterner Mensch willst du halt nicht aufdringlich wirken, nicht arrogant wirken. Und deswegen bist du dann still. Und weil du so still bist, wirst du von anderen Menschen als arrogant wahrgenommen. Weil sie dich nicht kennenlernen. Weil sie nicht, weil du dich nicht an Gesprächen beteiligst. Weil du still bist und nicht auf den, und, und, ja, andere, weil du nicht anecken möchtest, hältst du dich zurück, teilst nicht deine Meinung, teilst nicht deine Gedanken, stimmst niemandem zu und das wirkt auf andere dann, als ob du es besser weißt, als ob du denkst, du bist was Besseres, als ob du arrogant bist. Und genau das willst du ja vermeiden. Das ist das Schüchternheitsparadox. und weitere Merkmale von niedrigem Selbstbewusstsein oder von Dingen, wie du deinem Selbstbewusstsein schadest, ist zum Beispiel eine leise Sprechweise. Also wenn Menschen dich gar nicht erst hören, dann kannst du ja auch nicht großartig irgendwie auffallen oder so. Dann kannst du ja gar nicht großartig irgendwie zeigen, dass du da bist. Oder auch eine gebückte Haltung. Also jemand, der generell so eher gebückt geht, versucht sich zu verstecken. Also der versucht sich halt durch seine leise Sprechweise zu verstecken, um nicht aufzufallen, weil er die ganze Zeit denkt, andere beobachten ihn, andere berichten, urteilen über ihn. Und das sorgt dafür, dass sie halt dann noch leiser sprechen oder noch weniger rausgehen oder sich noch mehr bücken. Sie haben oft ein blasses Gesicht, das ist halt auch dann einfach die körperliche Art und Weise, nicht aufzufallen, also die vom Inneren heraus. Sie haben wenig Gestik, weil das würde halt auch mehr bedeuten, dass sie halt mehr Blicke auf sich ziehen. Und wenn sie sowieso schon denken, dass sie nicht gut genug sind oder das andere sie sowieso verurteilen die ganze Zeit, dann ist halt mehr Gestik und mehr Auffallen nicht so gut. Sie haben auch eine monotone Stimme. Das sind besonders die Männer, mit denen wir zusammenarbeiten. 95 Prozent von den Männern, mit denen wir zusammenarbeiten, haben eher eine monotone Stimme. Ich mache das aktuell jetzt gerade mal nach. Sie sprechen eher einfach in dieser Stimmlage, wenn sie überhaupt sprechen. Und wenn wir halt immer wieder oder die ganze Zeit in dieser Tonlage sprechen, dann wirst du wahrscheinlich auch schon merken, dass es extrem langweilig wird. Das heißt, es ist sehr wichtig, Tonalität in die Stimme reinzubringen. Aber da kommen wir später drauf. Oder sie sprechen dann halt unter anderem auch sehr schnell. Weil dadurch kriegen sie halt schnell, wenn sie dann wenigstens sprechen, ihren Punkt, können ihren Punkt aussprechen, ohne dass sie halt großartig irgendwie andere stören. Dann haben sie halt irgendwie schnell ihren Punkt ausgesprochen, weil sie glauben, dass andere ihnen sowieso nicht zuhören, aber sie müssen das gerade sagen. Also das Ding ist, wenn ich schnell spreche und mir nicht die Zeit nehme, dann strahle ich damit aus, dass man mir sowieso nicht zuhören sollte. Die Lösung dafür ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Du brauchst eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das Thema Selbstbewusstsein ist nämlich ein sehr komplexes. Und wo sollst du anfangen? Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ist genau das Mittel, was mir damals geholfen hat und was so, so vielen Männern, Hunderten von Männern bisher in den letzten zehn Jahren geholfen hat, felsenfestes Kugel, sich ihre Selbstbewusstsein aufzubauen. Die Lösung ist auch, mit dem Grübeln aufzuhören, das ständige Zerdenken, das ständige Panik haben, irgendwie, was die Zukunft bringt und das ständige Schwelgen in Bedauern und Trauer, Nostalgie in der Vergangenheit. Und das hätte ich so und so machen sollen. Oh Gott, als ich da auf der Party war oder als ich irgendwie die Frau angesprochen habe und sie hat mich einfach ignoriert, das war das Schlimmste. Oh Gott, ich werde immer alleine sein. Also dieses Grübeln, hilft dir halt nicht. Das ist halt, das ist in der Vergangenheit oder in der Zukunft fest sitzen, statt im aktuellen Moment zu sein. Die Lösung ist natürlich die Schüchternheit überwinden. Die Lösung ist auch, das Gefühl vermeiden. Also das heißt, eine Hoheit über deine Gefühlswelt zu bekommen, damit du nicht immer das Gefühl hast, dass andere über dich tuscheln oder über dich lachen. Vielleicht kennst du das. Du gehst an einer Gruppe, vielleicht an einer Gruppe Mädels vorbei oder generell einfach an einer Gruppe und du gehst daran vorbei und auch mal fangen die an zu lachen und du denkst direkt, die lachen über mich. Aber das weißt du doch gar nicht. Ich kenne noch aus meiner Jugend, wenn ich irgendwie über die Ampel gelaufen bin, über die Ampel gegangen bin und da standen dann Autos an der Seite, dann habe ich mich extrem beobachtet gefühlt und wusste gar nicht mehr, wie ich laufe. Ich wusste gar nicht mehr, wie ich einen Schritt vor den anderen mache und bin sehr komisch gelaufen, weil ich gedacht habe, die Menschen in den Autos beobachten mich und verurteilen mich, lachen über mich. Das war eine ganz schlimme Situation, generell gesehen zu werden. Das war sehr unangenehm für mich. Und die Lösung ist natürlich auch, dass du eine Zugehörigkeit spürst, dass du nicht das Gefühl hast, dass du irgendwie alleine bist, sondern als jemand, der selbstbewusst ist, übernimmst du auch eine Führungsrolle, ganz automatisch und das schafft auch ein Gefühl der Zugehörigkeit. Also die Lösung ist, du selbst sein. Und in diesen vier Säulen finden wir heraus und findest du heraus, wie du du selbst bist. Und wenn das gut klingt, dann lass uns doch einfach da Schritt für Schritt einsteigen, nämlich mit der Viersäulen-Methode. Diese vier Säulen sind Sprache, Körpersprache, Emotion und Mindset. Und wir gehen heute auf die Sprache ein, die selbstbewusste Sprache. In dem nächsten Video gehen wir auf Körpersprache, Emotion und Mindset ein. Das heißt, wenn du das nicht verpassen willst, nochmal die Erinnerung abonniere und klick die Glocke, damit du die nächsten Videos nicht verpasst. Oder wenn du auch komplett den ganzen Leitfaden jetzt schon haben möchtest als PDF, dann geh auf endifriday.de slash selbstbewusst. Dann bekommst du die Komplettanleitung alle vier Säulen gratis zum Download. Kannst du dir schon mal durchlesen und musst dann nicht auf die nächste Folge warten, die vielleicht erst in vier Wochen rauskommt. Wer weiß. Also endifriday.de slash selbstbewusst. Der Link ist auch in der Beschreibung. Genau. Wir gehen auf die erste Säule ein. So, die erste Säule ist Sprache. Und Sprache ist so die ist der Grundpfeiler der selbstbewussten Kommunikation. Denn deine Wortwahl beeinflusst die Wahrnehmung deines Selbstbewusstseins. Das kann ich nicht deutlich genug unterstreichen. Die Wahl deiner Worte, wie du dich ausdrückst, beeinflusst die Wahrnehmung, wie andere dich selbstbewusst wahrnehmen. Ob andere dich selbstbewusst oder schüchtern, zurückhaltend wahrnehmen. Schüchternheit nochmal ist kein Problem. Oder was heißt nochmal? Da kommen wir glaube ich später auch nochmal drauf ein. Schüchternheit per se ist kein Problem. Das kann sogar eine ganz süße, interessante Eigenschaft sein auch für Frauen. Also Frauen Schüchternheit an dir wahrnehmen. Das Problem ist, wenn wir Schüchternheit mit Zurückhaltung kombinieren. Weil dann geht gar nichts. Und das kennst du vielleicht selber. Sprache ist die Kleidung der Gedanken. Das bedeutet, so wie du deine Worte wählst oder wie du dich ausdrückst oder welche Wortwahl du hast, so denkst du auch. Und das ist ein todsicheres Zeichen dafür, wie du über dich selber denkst und wie du dich halt dann ausdrückst, so nehmen andere dich wahr. Bewusst oder unbewusst. Und wenn wir die Art und Weise verändern, wie wir sprechen, also halt nicht nur komplett neue, neuen Sprachschatz aufbauen oder Wortschatz aufbauen, sondern auf gewisse Worte achten, gewisse Worte austauschen, gewisse Worte weglassen, stattdessen vielleicht sogar bessere nutzen, das wirkt unbewusst und manchmal auch ganz bewusst, wer sich darauf konzentriert, auf andere selbstbewusst. Und das kannst du für deine Zwecke nutzen. Und es wird ein Unterschied wie Tag und Nacht sein. Und wenn du das halt nach diesem Video schon heute anwendest, wirst du heute schon die ersten Resultate merken. Erstmal an dir, direkt im selben Moment und wenn du dich mit anderen unterhältst, du wirst auch direkt merken, dass andere dich anders wahrnehmen. Ja. Denn Menschen, das ist eine der größten Erkenntnisse, die ich damals hatte, so als ich mich mit dem Thema Selbstbewusstsein beschäftigt habe, ist, dass Menschen gerne folgen. Menschen wollen folgen. Menschen wollen nicht führen. Die wenigsten wollen führen. Menschen wollen folgen. Sie wollen jemanden haben, der für sie denkt und den Weg vorgeht, damit sie einfach nur folgen können. Und das machen wir alle in gewissen Bereichen. Mal mehr, mal weniger, aber wir wollen folgen, weil führen bedeutet, dass wir denken müssen. Führen bedeutet, vielleicht habe ich das hier sogar stehen, führen bedeutet denken. Das ist anstrengender. Das bedeutet, es sind mehr Kalorien, die wir aufbringen müssen. Also halt mehr Energie, die wir aufbringen müssen. Und unser Gehirn denkt halt, dass wir halt immer noch so vor 250.000 Jahren beziehungsweise vor 200 Jahren leben, oder vor 100 Jahren, wo halt wir um unser Überleben kämpfen mussten, wo wir nicht in diesem Überfluss von Nahrung gelebt haben, von Energie gelebt haben. und daher ist es halt für uns, immer noch für unser Gehirn, immer noch besser, wenn wir einfach folgen, wenn wir einfach jemandem einfach das Gehirn ausmachen und folgen, weil unser Gehirn ist der zweitgrößte Energieverbrenner in unserem Körper und es funktioniert deswegen halt nach Gewohnheiten. Und also Gewohnheiten sind entsprechend so einfachere Methoden, das sind dann so einfach schon festgetretene Faden, Faden in unserem Körper, die halt nicht so viel Energie brauchen, wie halt neue Verbindungen knüpfen. Übrigens der größte Energieverbrenner in unserem Körper ist unsere Leber. Selbstbewusste Sprache ist attraktiv und zieht Menschen an. Also genau, siehe Charisma Challenge, die Charisma Challenge ist in unserem in unserem Coaching bekommst du dann auch im Bonusbereich bekommst du die Charisma Challenge vier Wochen lang drehen wir dein Charisma komplett 180 Grad darum, dass Menschen gerne auf dich zukommen oder beziehungsweise dass Frauen auf dich zukommen ganz automatisch und dass du direkt einen ganz anderen Einfluss oder Eindruck auf deine Mitmenschen hast. So, selbstbewusste Sprache ist nämlich attraktiv und zieht Menschen an und einer der wichtigen Pfeiler, wie du das machst und da gehen wir jetzt auf die Säule ein, ist zum Beispiel die Verallgemeinerung und pass hier bitte ganz, ganz deutlich auf schreib mit, wenn du kannst, wenn du am Fahren bist, schreib nicht mit, sondern mach gerade Pause, bis du mitschreiben kannst. So, Verallgemeinerung sind nämlich solche Worte wie immer, nie, alle, niemand und ganz besonders die Geißel der Menschheit, das Wort Mann. Gehen wir mal drauf ein. Also, immer zum Beispiel, oder ich mach gleich Beispiel genau, also nutze stattdessen, statt immer, nie, alle und Mann, nutze stattdessen oft, häufig, manchmal, selten, viele, einige, wenige oder kaum jemand. Erstmal sind Verallgemeinerung generell scheiße und sie sind halt nicht wahr. Schauen wir uns einmal direkt die Beispiele an, da wird es am deutlichsten niggig. Achso, das sind Beispiele für Mann. Ich habe hier gar keine Beispiele für die anderen. Machen wir Beispiele mit, du bist immer zu spät. So, angenommen, jemand sagte das oder du sagst das jemandem. Das stimmt halt nicht. Dieser jemand ist nicht immer zu spät. Du nimmst es gerade nur vermehrt wahr und weil du es ausdrückst als immer und die Person weiß, dass sie nicht immer zu spät ist, kann sie nicht anders, als sich verteidigen zu wollen. Verallgemeinerung malen ein Bild von Einfachheit in der Welt und wenn du mit dieser Brille mal darauf auf zum Beispiel Nachrichten schaust, dann wirst du sehr viele Verallgemeinerungen hören und die sind halt per se nicht wahr. Wir machen es uns damit einfach, weil sie halt dann in unser Weltbild passen und weil wir gerade vielleicht irgendwie wütend sind oder enttäuscht auf etwas oder auf jemanden sind und deswegen bauen wir dann diese Verallgemeinerung immer nie alle niemand oder was. Niemand mag mich, ich bin immer alleine, nie unterhält sich jemand mit mir, keine Frau will sich mit mir unterhalten, keine Frau mag mich. Das stimmt halt nicht. Aber du kannst halt schon mal spüren, wie sich das anfühlt, wenn du sowas sagst. Erstmal belügst du dich, sobald es nicht wahr ist und es fühlt sich halt einfach nicht so gut an. Es fühlt sich kacke an, oder? So, stattdessen nutze halt oft, häufig, manchmal, selten, so, ich bin oft alleine. Da ist halt noch ein Quäntchen an Zeit, wo du halt nicht alleine bist und wenn du dich halt mehr auf diese Zeit konzentrierst, wo du nicht alleine bist, konzentrierst du dich auf das, was wachsen soll. Du konzentrierst dich auf den kleinen Punkt Licht, der wachsen darf, anstatt auf das große, schwarze Nichts. Und das fühlt sich besser an. Das ist genau die Hoffnung und die Stärke, die du brauchst, um Selbstbewusstsein aufzubauen. So, machen wir Beispiele für Mann, für die Geißel der Menschheit. Etwas, was wirklich fast jeder von euch, 99% von euch machen, ganz normal in eurer Sprache. Und wenn ihr das abstellt, habt ihr einen so großen Schritt für euer Selbstbewusstsein gemacht. einfach, weil ihr euch selber selbstbewusster fühlt und weil andere euch unbewusst direkt selbstbewusster wahrnehmen. Machen wir mal, gehen wir mal auf die Beispiele ein. Fühl da mal rein, wenn du diese Sätze hörst und wenn du möchtest, wiederhole sie für dich auch gerne laut oder in Gedanken. Man weiß nicht, was man da tun soll. Man muss ja morgens aufstehen. Man ist schon etwas unsicher, wenn die Frau nicht sofort antwortet. Man will ja auch alles richtig machen und wird dann doch enttäuscht. Wenn man jemanden gern hat, tut es weh, wenn man ihn verliert. Wie wirken diese Sätze auf dich? Wahrscheinlich denkst du erst, ja, die sind ja normal, die benutzt man halt so. Nee, die benutzt man halt nicht so. Diese Sätze wirken schwach. Diese Sätze wirken, als ob du dein Leben nicht unter Kontrolle hast. Weil wir benutzen diese Verallgemeinerung von Mann in der Form an der Stelle, um nicht über uns selber zu sprechen. Weil eigentlich, genau, wenn du Mann vermeidest und ich nutzt, dann zeigt das Verantwortungsnahme und Kontrolle. Weil du möchtest ja eigentlich, ein weiteres Wort, auf das wir gleich eingehen, du möchtest über dich selber sprechen. du möchtest sagen, ich weiß nicht, was ich da tun soll. Du möchtest sagen, ich muss ja früh morgens aufstehen, weil ich muss zum Beispiel nicht früh morgens aufstehen. Ich kann ausschlafen. Ich kann so lange schlafen, wie ich möchte. Du musst früh aufstehen. Ich nicht. Du weißt nicht, was du da tun sollst. Ich weiß, was ich da tun soll. Mann ist schon etwas unsicher, wenn die Frau nicht sofort antwortet. Nein, du bist unsicher. Ich bin nicht unsicher. Andi ist nicht unsicher. Unsere Teilnehmer sind nicht unsicher. Du bist unsicher. Ich meine das gar nicht angreifen. Aber du spürst wahrscheinlich vielleicht schon eine Reibung in dir, wenn ich sowas sage oder wenn du diese Sätze in Ich-Form bringst. Da gehen wir gleich drauf ein. Mann will ja auch alles richtig machen und wird dann doch enttäuscht. Nee, ich will nicht alles richtig machen. Mir ist das egal. Du willst alles richtig machen. Bring diese Sätze mal in Ich-Form. Wenn ich jemanden gern habe, dann tut es weh, wenn ich ihn verliere. Und das ist genau der Kernpunkt. Es tut weh, dass man durch die Verallgemeinerung, durch die Generalisierung signalisiert dir dein Ego, dein Unterbewusstsein signalisiert dir, dass du ja nichts ändern daran brauchst. Weil alle, alle müssen ja frühmorgens aufstehen. Allen Menschen tut es weh, wenn sie jemanden verlieren. Das ist ja ganz generell so. Alle wissen nicht, was sie da tun sollen. Niemand weiß, was sie da tun sollen. Ist das wirklich wahr? Oder weißt du nicht, was du da tun sollst? Und wenn du das änderst in Ich-Weiß-Nicht-Was-Ich-Da-Tun-Soll, wirst du schon merken, da fühle ich mich ertappt. Das tut weh. Ja, aber es ist eigentlich schon richtig. Ich weiß nicht, was ich da tun soll. Und unsere Teilnehmerin im Coaching quillt das manchmal schon so zu den Ohren raus, wenn sie beginnen mit, Sätze beginnen mit, ja, man fühlt sich da überfordert und ich direkt reingrätsche mit Mann oder du. Und da wissen sie direkt, okay, ja, Sprache ändern, Sprache ändern, Sprache ändern. Weil es fühlt sich an, als ob du ertappt wirst. Es fühlt sich an, als ob du, also es fühlt sich halt, du fühlst dich verletzlicher an, weil du direkt Ich statt Mann sagst. Weil du nicht die Generalisierung, die Verallgemeinerung alle Menschen in einen Topp wirfst, sondern es geht um dich, es geht um deine Gefühle, es geht darum, dass du unsicher bist, es geht darum, dass du morgens aufstehen musst, es geht darum, dass du nicht weißt, was du sagen sollst. Und erst wenn du das wahrnimmst und siehst, dass es nicht hilflos oder zwecklos ist, daran irgendwas zu ändern, weil es geht ja allen so, sondern es geht dir gerade so, wirst du spüren, dass du viel mehr Kontrolle über dein Leben hast, weil du spürst, dass du das ändern kannst. Geh auf den nächsten Punkt ein. Absolute Überzeugung statt Weichmacher. Zeige klare und entschlossene Aussagen. Weichmacher sind zum Beispiel, habe ich das hier unter dem Punkt? Ja, genau. Ich habe hier Laura stehen, weil das eine Geschichte aus meiner Schullaufbahn von vor 300 Jahren ist. Wir saßen im Musikunterricht und wir haben irgendwie ihren Komponisten gerade gehört und unser Musiklehrer hat uns gefragt, was nehmt ihr wahr? Was will der Künstler damit ausdrücken? Die Standardfrage, glaube ich. Und dann hat sich Laura gemeldet und dann hat sie gesagt, ja, ich glaube, er möchte so ein bisschen sagen, dass er, ich denke mir jetzt gerade aus, was sie gesagt hat, aber es geht um die Weichmacher da drin, also achten wir auf die Weichmacher. Ja, ich glaube, dass er damit ausdrücken möchte, dass er so ein bisschen alleine war und dass er seinen Herzschmerz so ein bisschen damit zeigen möchte oder vielleicht sogar zeigen möchte, dass er Hilfe braucht. Vielleicht ein bisschen. Und ich saß da und habe sie angeschaut und da habe ich meine Lehre angeschaut und dann sagt er, du hast irgendwie gar nichts gesagt. Nächster. Und das fand ich so geil, weil das stimmt. So, sie hat halt gar nichts gesagt. So, sie hat halt keine, keine Überzeugung abgeliefert. Sie wusste nicht, sie wusste nicht, was sie wahrnimmt. Sie wollte halt nur irgendetwas sagen. Sie hat Weichmacher benutzt. Weichmacher sorgen dafür, dass andere Menschen dich nicht, deine Ecken und Kanten nicht wahrnehmen. Sie zeigen, dass du deine, deine, deine Meinung nicht ausdrücken möchtest. Und, dass du nicht anecken möchtest. Und wir brauchen aber das Anecken. Wir brauchen die Grenzen durchs Anecken. Wir wollen anecken, damit Menschen uns überhaupt wahrnehmen. Es ist okay, dass du deine Meinung hast. Wie auch immer deine Meinung ist, sprich sie aus und lern dazu. Das heißt nicht, dass deine Meinung doof ist. Es kann auch sein, dass andere Meinungen doof sind. Also deine Meinung ist, ist total valide, genau wie die Meinung von anderen Menschen valid ist. Aber bleib offen und lerne dazu und bilde dir neue Meinungen. Du musst nicht deine Meinung für den Rest deines Lebens behalten. Aber du musst halt auch nicht Weichmacher benutzen. Weichmacher sind ein bisschen eigentlich, ehrlich gesagt, hätte, sollte, müsste, vielleicht. Weichmacher. Genau. Ein bisschen. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Eigentlich. Eigentlich ist das hier mein Platz. Oder kannst du eigentlich einen Handstand machen? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Entweder du bist es oder du bist es nicht. Bist du enttäuscht oder bist du nicht? Du bist nicht ein bisschen enttäuscht. Bist du enttäuscht oder nicht? Eigentlich ist das hier mein Platz oder kannst du eigentlich einen Handstand machen? Eigentlich schwächt die erste Aussage ab, wodurch du die Option offen lässt, dass es nicht dein Platz ist. Eigentlich ist das hier mein Platz. Ja, aber jetzt sitze ich hier. So what? Was willst du jetzt machen? Lass mal das eigentlich weg. Das hier ist mein Platz. Oh, das hier ist mein Platz. Ja, damit zeigst du Kante. Indem du einfach nur das Wort weglässt. Eigentlich. Ja, das ist ein Füllwort. Und das schwächt deine Aussage einfach ab. Und damit schwächt es dich ab. Damit macht es dich zu einem unförmigen Blob. Und das willst du nicht. Du willst anecken. Oder auch Dinge wie ehrlich gesagt oder wenn ich ehrlich bin. Ehrlich gesagt bin ich gerade nervös. Das sagst du vielleicht auch ab und zu mal hier und da. Also wenn jemand sagt, also für mich wirkt das immer direkt so, wenn jemand sagt, wenn jemand seinen Satz beginnt mit ehrlich gesagt und dann von mir aus bin ich gerade nervös. Wirkt das für mich immer so, also ich stelle mir die Frage, bist du vorher nicht ehrlich zu mir gewesen? Also ich muss das halt jedenfalls vermuten, wenn du halt deinen Satz beginnst mit ehrlich gesagt. Weil vielleicht ist so viel Aggression oder Enttäuschung schon in dir, Frustration schon in dir aufgebaut, dass du jetzt das endlich mal aussprechen möchtest und dann beginnst du deinen Satz mit ehrlich gesagt. Warum bist du nicht vorher ehrlich zu mir? Oder auch, das siehst du halt auch im Social Media so, dann gibt es hier einen Real Talk. Ja, gibt es dann irgendwie welche YouTube Shorts und so weiter und TikToks und was auch immer. Und dann hat da jemand einfach, dann spricht endlich mal jemand Klartext. Real Talk. Bist du vorher nicht ehrlich gewesen? Warum ist das jetzt ein Real Talk? Ist nicht alles, was du sagst, ein Real Talk? Warum sugarcoaten? Warum das irgendwie weich machen? So. Andere Weichmacher sind Konjunktive. Wie hätte, sollte, müsste. Das ist sowieso erstmal alles, wenn du die vorletzte oder letzte selbstbewusst eine Spezialfolge gesehen hast, dann wirst du wissen, hoffentlich, dass es sich hierbei um schuldbehaftete Worte handelt. Ja, also das heißt, die Bewusstseinsebene von Schuld ist überhaupt nicht hilfreich für dich. Schau dir auch gerne dann diese Folge an. Hätte, sollte, müsste etc. Ich hätte sie ansprechen sollen. Sollte mal wieder Sport machen. Aber ich müsste dann mal los. Musst du los oder nicht? Machst du jetzt wieder Sport oder nicht? Du musst nicht. Niemand zwingt dich. Du hättest sie ansprechen sollen. Sagt wer? Du bist doch dein eigener Chef oder nicht? Tu es oder lass es. Wenn du es nicht tust, dann sprich halt auch nicht drüber. Konzentrier dich nicht auf das, was hätte sein sollen und können. Konzentrier dich auf das, was ist. Du hast sie gerade nicht angesprochen. Okay, dann steh dazu. Ist okay. Ist nicht so, als ob das die letzte Option in deinem Leben wäre, jemanden anzusprechen. Tu es oder lass es. Also, das hat überhaupt keinen Zweck, also keinen positiven Zweck für dich, in dieser Art und Weise zu sprechen und zu denken. So. Ich setze. Ganz wichtig, wir hatten auch gerade nämlich bei, also wenn du dich an das Mann erinnerst, warum verwenden so viele Menschen nicht das Wort, das wirklich das Selbst ausdrückt? Wenn wir nicht das Wort benutzen, das unser Selbst ausdrückt, wie können wir dann hoffen, selbstbewusst zu werden? Ja, also das Ich. Wenn du Ich-Sätze benutzt, übernimmst du Verantwortung. Du stehst hinter deiner Meinung, du stehst zu deiner Meinung und du eckst an. Und du machst dich greifbar in der Welt für andere Menschen. Sprache formt nämlich die Gedanken und Gedanken lassen Gefühle entstehen. Und Gefühle bestimmen unser Verhalten und das Verhalten führt zu Gewohnheiten und Gewohnheiten bestimmen unser Leben. Das heißt, wenn ich schon sowieso die ganze Zeit in Mann spreche, weil ich das vermeiden möchte, irgendwie einen Schmerz zu fühlen, dann formt das die Gedanken. Das heißt, wie ich das ausspreche, wie ich mit mir selber spreche, formt das meine Gedanken und diese Gedanken lassen dann Gefühle entstehen. Also, wenn ich in Mann denke, dann ist halt so, okay, da muss ich halt nichts dran ändern an diesem Problem und kann einfach weiter darunter leiden. Und das bestimmt halt unser Verhalten. So, Mann ist halt immer schüchtern, wenn er eine Frau sieht, die ihm gefällt. Und deswegen muss ich sie halt nicht ansprechen, weil Mann generell ja schüchtern ist, weil Mann generell überfordert ist. Und weil ich halt sie so, weil ich das ganz, ganz oft mache, sie nicht anzusprechen, forme ich damit eine Gewohnheit. Immer wenn ich eine hübsche Frau sehe, die mir gefällt, ich sie nicht anspreche. Das ist meine Gewohnheit. Und diese Gewohnheit bestimmt dann mein Leben, weil ich halt darüber denke, weil ich halt so denke, dass Mann generell nervös ist, wenn er eine hübsche Frau sieht oder Mann generell nicht weiß, was er sagen soll, spreche ich sie nicht an. Das führt zu der Gewohnheit und deswegen lerne ich auch keine Frau in meinem Leben kennen. Wenn du aber ich Sätze sagst, ich bin nervös, wenn ich sie anspreche, dann spürst du das. Dann spürst du den Schmerz, du willst den Schmerz nicht mehr fühlen. Also gehst du halt entweder wieder in die Mann-Richtung oder du lernst, wie du den Schmerz nie wieder fühlst. Und das bestimmt dann neue Gewohnheiten. Also neue Gefühle erstmal und das neue Verhalten und das neue Gewohnheiten und diese neue Gewohnheit bestimmt dein Leben. Das heißt, das nächste Mal oder langfristig, wenn du eine hübsche Frau siehst, hast du die Gewohnheit, dass du sie ansprichst. Oder zumindest halt in irgendeiner Weise mit ihr in Kontakt trittst oder sie einfach nur wahrnimmst und dich dafür entscheidest, ob du sie ansprechen möchtest oder nicht, aus freiem Willen und das bestimmt dann dein Leben. Allein wenn du die Wortwahl von Mann auf ich änderst, machst du einen so großen Schritt, ich kann das nicht deutlich genug ausdrücken, einen so großen Schritt darauf, dass du dein Leben in Zukunft umgeben von Frauen verbringst. so merkwürdig es auch klingt, so banal es auch klingt. Einfach indem du Mann durch ich austauscht. Beispiele. Genau, andere Beispiele auch zum Thema ich setze. Also aus der gewaltfreien Kommunikation kennen wir, dass wir halt nicht angreifen sollten mit jemand anderem. Das heißt, wenn jemand immer etwas macht, hier auch wieder eine Generalisierung, du kommst immer zu spät. Ich habe das Gefühl, dass du öfter zu spät kommst. Ich habe das Gefühl, dass du einen besseren Wecker brauchst oder so. Du behandelst mich schlecht, ist nicht so gut. Stattdessen, ich habe das Gefühl, dass du mir nicht die Aufmerksamkeit schenkst, die ich brauche. Ja, diese Sätze sind dann schon direkt weicher und sie drücken das aus, was wirklich gerade in dir vorgeht, weil du weißt ja nicht, ob die Person dich schlecht behandelt oder die Person immer zu spät kommt. Du nimmst es wahr. Das ist die Wahrheit. Du nimmst es wahr. Du weißt nicht, ob sie immer zu spät kommt. Du weißt nicht, ob sie jetzt gerade zu spät gekommen ist. Nein, faktisch kannst du sagen, ja, okay, es ist fünf nach neun, wir wollen uns um neun treffen, du bist zu spät. Aber das ist nicht hilfreich für die Lösung. Wenn du über ich sprichst, wenn du ich-Sätze baust, ich fühle, dass es so und so ist, dann ist es kein Angriff auf die andere Person und es kann ein Dialog entstehen. Und damit kommt ihr zur Lösung, statt zu einem Streit und einem Konflikt. Also ich-Sätze verwenden, Verantwortung übernehmen, Vermeidung von Schuld zu weisen. Ich-Sätze, wie gerade schon gesagt, Sorgen dafür, dass wir Streits vermeiden, Offenheit zeigen. Ich empfinde das als problematisch, statt du bist schuld an diesem Problem. Das führt auch zu Selbstreflexion oder ist eine Form der Selbstreflexion, wenn wir sagen, ich merke, dass ich mich unwohl fühle, wenn x, y, z, wenn du das machst oder wenn das passiert. Du machst immer alles falsch. Ich merke, dass ich mich unwohl fühle, wenn, statt du machst alles falsch. Ich-Sätze-Forderung, konstruktive Gespräche. Ich würde gerne darüber sprechen, dass wir das verbessern können, statt du musst das ändern. Oder auch Empathie und Verständnis. Ich verstehe, dass du das so siehst und ich würde das gerne noch hinzufügen und ich würde das gerne ändern. Ich verstehe, dass du das so siehst, statt du verstehst mich einfach nicht. Du machst das falsch. Du spürst vielleicht schon, dass es eine andere Art und Weise ist, zu sprechen und dass es einlädt zu einem Dialog und dass Menschen sich bei dir wohlfühlen können, entspannen können, weil du sie nicht die ganze Zeit verurteilst. Und weil du vielleicht, also das wünschst du dir vielleicht auch von anderen, weil du das Gefühl hast, dass andere dich die ganze Zeit verurteilen. Das heißt, setze bei dir an. Verurteile andere nicht, indem du ich-Sätze, ich-Fühle-Sätze baust. Du suchst dann dadurch auch nach gemeinsamen Lösungen. Ich hoffe, wir können eine gemeinsame Lösung finden, statt du musst mir jetzt eine Lösung geben. Du musst das Problem lösen jetzt. Und sie fordern Klarheit und Transparenz. Ich sehe das so, weil statt das ist einfach nicht akzeptabel. Du hörst vielleicht aus den Meetings oder so. Das ist einfach nicht akzeptabel, dass wir diesen Weg gehen. Ich sehe das so, weil XYZ. Weitere Dinge, die unser Selbstbewusstsein schwächen, sind jammern, ist jammern und meckern. Das ist eine Sache so, die gerade in der deutschsprachigen Mentalität gegeben ist. Eigentlich ist es so, dass jeder, eigentlich und jeder, ich bin ja gerade hier in Zypern und wenn ich mich mit Zyprioten hier unterhalte, dann sagen sie das auch über Zyprioten. Wenn ich in Budapest bin, dann sagen das Ungarn auch über Ungarn, dass sie die ganze Zeit jammern und meckern. Das scheint ein menschliches Verhalten zu sein. Dennoch finden wir es auch in Deutschland. Und wir meckern gerne darüber irgendwie. Oh, die Stadt ist schon wieder so voll, ich finde keinen Parkplatz und die fahren hier auch alle wie die besenken Säue und so weiter. Oder was ich auch öfter höre, dann auf Reisen so. Ja, wie findest du es hier? Und dann sage ich, gut, so zum Beispiel in Zypern oder in Budapest oder so. Finde ich gut, finde ich gut hier, Menschen sind nett. Und dann sind diese Menschen immer sehr, sehr überrascht. So wie, die sind nett. So die sind doch hier alle nur am meckern und so weiter. Und das politische System ist hier nicht so gut und sowieso und die Wirtschaft ist doof und was alles. Aber wenn es halt überall stinkt, wo du hingehst, dann hast du wahrscheinlich Kacke unterm Schuh. Wenn du aus dem Haus gehst und du begegnest einem Arschloch, dann bist du einem Arschloch begegnet. Wenn du aber aus dem Haus gehst und du begegnest nur Arschlöchern, dann bist du das Arschloch. Das meine ich gar nicht böse, das meine ich nicht angreifend, aber wenn du dich getriggert fühlst davon, dann meine ich dich auch. Nicht, dass du ein Arschloch bist, sondern dass du deine Wahrnehmung ändern kannst. Die Welt ist so, wie wir sie wahrnehmen. Menschen sind so, wie wir sie wahrnehmen. Kein Mensch steht morgens auf und hofft, dass er deinen Tag ruinieren kann. Viele Menschen stehen wahrscheinlich auf und denken sich, oh, mein Tag ist so kacke. Und dann treffen sie auf jemanden, der auch so denkt. Und dann treffen sich zwei, die sowieso denken, dass ihr Tag kacke ist. Und dann lassen sie das aneinander aus. Aber wenn du Menschen wahrnimmst als das, was sie sind, Menschen, und sie mit einem Lächeln begegnest, dann versuchst du ihren Tag und bist direkt attraktiver als 99% aller anderen Menschen. Und dann wirst du auch wahrnehmen, dass Menschen generell nett sind. Weil du von vornherein davon ausgehst, dass die Menschen, allen Menschen, die du begegnest, freundlich sind. Und dann werden dich Menschen auch so wahrnehmen. Ja, also abstellen. Das Jammern und Meckern abstellen. Also das eigene Handeln reflektieren zum Beispiel. Du fragst dich, wie kann ich die Situation verbessern, statt alles ist schrecklich und niemand hilft mir. Lösungsorientiertes Denken. Ich werde versuchen, das Problem zu lösen, indem statt nichts funktioniert, alles läuft schief, alles ist schiefgelaufen. Positives Denken fördern. Optimistische Perspektive einnehmen durch, das ist eine Herausforderung, aber ich sehe auch Chancen, statt nichts läuft wie geplant. Ja, wenn du ein Problem hast, dann ist da immer eine Message drin, etwas, was du lernen kannst, anstatt zu denken, oh, das ist alles furchtbar und es läuft alles so furchtbar quer und ich kann das niemals lösen. Das ist ein Problem, eine Herausforderung, habe ich sie auch Chancen. Ich bin zum Beispiel jemand, der gerne einfach das Wort Problem benutzt, weil es ist ein Problem, ist okay, das können wir lösen. Aber es ist auch okay, wenn du Herausforderung sagst. Es gibt das eine Camp, es gibt das andere Camp. Nutze das Wort, das du nutzen möchtest. Du förderst positives Denken durch Dankbarkeit zum Beispiel. Dankbarkeit ist so, so, so wichtig. Wenn du deinen Tag schon beginnst mit der Aussage, ich bin dankbar für und dann findest du drei Dinge, dann wird dein Tag schon ganz anders aussehen und wenn du das eine Woche machst, wenn du das zwei Wochen machst, wenn du das einen Monat machst, wird dein Leben schon ganz anders aussehen. Du wirst mit einer ganz anderen Energie den Tag beginnen und auch den Tag beenden, wenn du das abends nochmal machst. Dankbarkeit statt, wenn nichts funktioniert, wie es sollte. Dankbarkeit statt, irgendwie ein Groll zu hegen gegen jemanden. Konstruktive Kommunikation, um das abstellen. Also konstruktive Kommunikation. Führen und offen sein dafür. Feedback geben und annehmen. Also ich habe gemerkt, dass statt keiner hört mir zu oder ich habe gemerkt, dass statt du machst das immer so. Dir ist aufgefallen. Das heißt nicht, dass es die Wahrheit ist, was dir aufgefallen ist, aber es ist dir aufgefallen und das lädt zu einem konstruktiven Gespräch ein und die andere Person kann ihren Standpunkt mitteilen. Und das ist das, was Offenheit fördert. Es fordert auch proaktive Ansätze. Ich werde Maßnahmen ergreifen, um XY zu verbessern, statt die Situation ist hoffnungslos. Es packt dich, die Ich-Sätze und das Nicht-Jammern packen dich direkt in den Fahrersitz deines Lebens. Und das ist so wichtig, weil wenn wir, ich habe das glaube ich noch gar nicht genug erwähnt, wenn wir nämlich jammern, meckern, Beallgemeinerung benutzen und so weiter, dann zeigen wir, dass wir vom Leben überfordert sind. Dann suchen wir nach jemandem, der uns führt, der uns da hinaus leitet. und dann sind wir, dann sind wir so manipulierbar von außen bei der ersten, bei der ersten in Anführungszeichen charismatischen Person, die uns irgendeine Verbesserung verspricht. Aber die Lösung ist nicht im Außen. Die Lösung ist immer nur in dir. Es gibt nichts im Außen, was dir helfen kann. Die Lösung ist immer in dir. Du bist schon alleine gut genug. Und wenn du das erkennst und die Verantwortung für dein Leben übernimmst, die Kontrolle über dein Leben übernimmst, indem du zum Beispiel aufhörst zu jammern, indem du Ich-Sätze benutzt, indem du Verallgemeinerung vermeidest, wirst du direkt spüren, dass du mehr Kontrolle über dein Leben hast. Es wird ein bisschen unbequem sein am Anfang. Völlig okay, aber daran wächst du. Und du wirst dadurch ausstrahlen an Menschen, dass du eine Führungspersönlichkeit bist. Erinnere dich daran. Menschen wollen folgen. Menschen wollen nicht selber denken. Das finden die nicht so gut. Und wenn sie dann auch jemanden treffen, der eine klare Meinung hat und ein Ziel, ein ungefähres Ziel und da einfach hingeht, auf dieses Ziel zugeht, dann ist das wahnsinnig attraktiv für andere Menschen und sie wollen dir folgen. Vor allem auch so jammern und meckern ist Vermeidung von Negativität. Also wenn du das jammern und meckern abstellst, dann fokussierst du dich auf Lösungen. Wie können wir das gemeinsam angehen? Es gibt immer Probleme und niemand kümmert sich darum. Und es fördert eine gesunde Selbstkritik. Ich könnte hier besser sein, denn ich bin immer so schlecht in. Ich kann das und das verbessern. Ich merke, ich mache hier immer wieder den gleichen Fehler. Ich stoße hier immer wieder gegen eine Wand, statt zu sagen, es ist alles hoffnungslos, ich bin so schlecht, ich bin nichts wert. Denn im Englischen gibt es den Satz Misery loves company. Also Leid Leid zieht Leidende an im Prinzip in diesem Fall. Also Leid liebt Gemeinschaft. Und weil es fühlt sich gut an, in der ausgewählten Gruppe dazuzugehören, die die Welt gegen die Idioten verteidigen muss. Also jemand, der halt die ganze Zeit jammert und meckert, der der sucht sich Gleichgesinnte und sucht damit halt nach Bestätigung für sein Weltbild, dass die Welt ja dass es nur Idioten da draußen gibt und alle verahnen schlecht und alle sind dumm und treffen die falschen Entscheidungen und so weiter. Und diese Menschen tun sich alle zusammen. Und das ist nicht so ein gutes Gefühl in dieser in der Nähe dieser Menschen zu sein. Also das ist halt nämlich eine ganz schlechte Wahrnehmung über die Welt und wie wir die Welt wahrnehmen, diese Gefühle kreieren wir in uns und das sind sehr toxische Gefühle. Und die lassen uns schneller altern, die sorgen dafür, dass wir die gleichen toxischen Gefühle wieder generieren und dadurch altern wir schneller, dadurch strahlen wir einfach auch Leid und Schwermut und Wut und Beiflung aus und das ist halt nicht sehr interessant, nicht sehr attraktiv. Und wir könnten einfach wahrnehmen, dass wir alle im selben Boot sitzen. Das heißt, wenn wenn wir über jemanden lästern zum Beispiel dann oder irgendwie sagen halt dann die ganze Zeit irgendwie, es gibt halt die Idioten da draußen und so weiter, dann haben wir damit halt eine ganz schlechte Wahrnehmung über die Welt. Wir sehen jeden anderen als Idiot und wir sind der einzige Auserwählte auf der Welt, der die Welt, der Einzige, der die Welt wirklich gecheckt hat und das kreiert eine Spaltung gegenüber anderen Menschen und diese Spaltung sorgt für mehr Spaltung, sorgt für Wut, sorgt für Hass, sorgt für physische, körperliche Angriffe, statt wahrzunehmen, dass wir alle im selben Boot sitzen. Die Probleme, die du hast, hat jemand anderes auch. Die Probleme, die Probleme mit der Schüchternheit, die du vielleicht hast, haben Frauen genauso und es liegt an dir, egal ob Mann oder Frau, wenn du, sobald du das wahrnimmst, das zu ändern, damit du das in der Welt änderst, damit du das ganz anders wahrnimmst, damit Menschen sich bei dir wohlfühlen, damit Frauen sich bei dir wohlfühlen. Ja, also frage dich mal, lebe ich mein Leben, lebe ich mein Leben oder werde ich gelebt? Journalität, das habe ich vorhin am Anfang schon angesprochen. Da habe ich nur einige, einige Stichpunkte drin. Wenn wir monoton sprechen, dann haben wir halt nicht so viel emotionale Varianz und das zeigt, dass wir auf unsere Emotionen nicht so Zugang haben. Das machen wir dann in Säule 3 der Emotionen genauer. Aber auch in der Säule 2 Körpersprache gehen wir darauf auch im Ansatz ein. Tonalität. Du kannst die Tonalität einsetzen, um ganz gezielt Rapport zu brechen und Rapport zu suchen. Rapport ist die Verbindung, die wir sprachlich, sozial miteinander haben. Rapportsuchende Aussagen sind zum Beispiel, wo die Stimme hochgeht am Ende. Das sind dann so Momente, wo du vielleicht merkst, ich sollte eigentlich schon vor zwei Sätzen aufgehört haben zu sprechen, aber ich kann nicht. Das sind dann so Momente, wie du triffst vielleicht jemanden, einen Arbeitskollegen im Supermarkt und dann hast du das Gefühl, ich habe einen Arbeitskollegen, ich muss jetzt mit ihm sprechen und dann gehst du da hin und sagst, ach, Martin, na, wie geht es dir? Hoch. Habt ihr hier gerade gesehen? Ist ja interessant, ist ja witzig, dass wir uns treffen. Stimme geht wieder hoch. Was machst du heute noch so? Und was hast du denn da eingekauft? Ja, ist ja interessant, ist ja witzig, dass wir uns hier sehen. Die Stimme geht immer hoch, hoch, hoch. Du hast das Gefühl, dass du immer weiter sprechen musst und du setzt halt Komma, Ta, Kommas, Kommata oder Fragezeichen, wo du vielleicht einen Punkt setzen möchtest, also wo die Stimme am Ende runtergehen sollte. Das ist Rapport brechen dann in diesem Fall, wenn die Stimme runtergeht. Das wäre dann so, du siehst einen Arbeitskollegen im Supermarkt und würdest dann zum Beispiel sagen, ach, Martin, ist ja cool, dass ich dich hier sehe. Dass ich dich hier sehe. Punkt. Und was machst du heute noch so? Da geht die Stimme halt zur Frage hoch, aber sie geht auch runter. Und was machst du heute noch so? Geht die Stimme hoch. Und was machst du heute noch so? Ist eine Aussage, die aber eine formulierte Frage ist. Die Stimme geht runter. Du setzt einen Punkt. Du brichst den Rapport. Du brichst die Verbindung. Und das ist Anecken. Viele der Männer, die zu uns ins Coaching kommen, sprechen Rapport suchend. Sie gehen mit der Stimme immer hoch durch Unsicherheit, weil sie wollen halt dann dadurch die Verbindung suchen. Sie wollen zeigen, dass sie ein netter Kerl sind. Sie wollen zeigen, dass sie nicht irgendwie es böse meinen, nicht Anecken und so weiter. Und gehen deswegen dann viel mit der Stimme hoch und das ist super unattraktiv, gerade für Frauen. Es gibt natürlich auch die andere Variante, so das extreme Rapport brechen. Diese Männer gehen dann sehr, sehr stark mit der Stimme per se runter. Das Ziel ist halt, das einzusetzen wie ein Gewürz. Und da entsprechend mal hier ein bisschen Rapport suchen, mal ein bisschen Verbindung aufbauen und dann ein bisschen sie necken und dadurch mit der Stimme runtergehen und zeigen wir dir alles. Das sind Flirtelemente, die ich hier gerade im Groben beschreibe. Die findest du alle, wenn du bei uns ins Coaching kommst oder geh auf interessewecken.de oder hol dir die Flirteanalyse, deine persönliche Flirteanalyse, wo wir in 60 oder auch mehr Minuten auf dich persönlich eingehen und herausfinden, was dein Flirt- und Charisma-Typ ist, was du schon richtig gut machst, wo noch dein Weg ist, was du verbessern kannst, welche Stellschrauben an welchen Stellschrauben du noch drehen kannst und dann finden wir heraus, ob wir vielleicht sogar noch weiter miteinander arbeiten wollen oder auch nicht und dann wünschen wir dir auch alles Gute. Du willst nach der Flirteanalyse das klare Gefühl haben, dass du genau weißt, was du tun sollst. Ja, genau. Tonalität zeigt auch Emotionalität und Emotionalität ist halt so wichtig, weil das ist das, was Menschen verbindet. Die Sprache ist halt so jung in unserer menschlichen Wahrnehmung und unserer menschlichen Miteinander und das, was wirklich Menschen verbindet, ist Emotionen. Und gerade den verkopften Männern, denen wir helfen, du vielleicht auch, denen fehlt es an Zugang zur Emotion. Und sobald sie ein bisschen emotionaler sprechen und über was Persönliches sprechen, fangen sie an, sich zu räuspern. ja, ich habe mich da ein bisschen schlecht gefühlt, als sie mir dann abgesagt hat, ja. Dieses Räuspern ist, der Hals macht zu, das heißt, der Kopf macht den Hals zu, damit die Emotionen nicht in die Welt rausfließen können. Und das ist wichtig, dass du das schaffst, dass du das hinkriegst. Und das lernst du direkt in den ersten drei Wochen bei uns im Coaching. Ja, ganz spielerisch, ganz leicht, ja, ohne irgendwie ganz, ganz gezielt auf Frauen zuzugehen, sondern generell, indem du sozial wirst mit Menschen und einfach zeigst, wie sehr Menschen schon jetzt das Gespräch mit dir genießen. Das sind wunderbare Geschichten, die kannst du dann auch, kannst du alle bei uns in den Erfahrungen auf dem YouTube-Kanal anschauen, wie schnell sowas gehen kann, ja, dass Menschen und auch dann Frauen sehr positiv auf dich reagieren und vielleicht dann du auch schon dann direkt deine ersten Dates hast in den ersten Wochen. Genau, Tonalität bedeutet auch, dass du deine Energie in die Stimme legst, weil wenn du einfach monoton sprichst, dann ist das super langweilig. Ja, die Energie, die kommt halt durch, 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 durch Begeisterung oder auch, indem du, mal ganz bewusst deine Energie runterfährst, um einen Punkt deutlich zu machen. Nur um dann im nächsten Moment wieder strahlend über den nächsten Punkt zu sprechen. Das ist interessant, das ist attraktiv, das zieht Aufmerksamkeit. Emotionen in die Stimme legen und das waren jetzt nur zwei Beispiele, so die hohe Energie, die extrem niedrige Energie. Das ist ja der Grund, warum Love Songs und Party Hits, genau diesen Effekt haben, den sie ausdrücken sollen. Wenn sie einfach nur ganz monoton wären, würde halt niemand dazuhören, weil halt monoton ist halt mono eins Ton, ist halt nur ein Ton. Das ist super uninteressant. Ja, aber lernst du, wie gesagt, alles in der, ja, bei uns in der Flirt, Flirt Masterclass, geh dazu auf flirtanalyse.de. Ich hab dir aber auch noch eine Aufgabe mitgegeben oder ich gebe dir jetzt noch eine Aufgabe mit. So, für die nächsten sieben Tage machst du an Tag eins bis drei oder vermeidest du Weichmacher oder schreibst erstmal Weichmacher für Allgemeinungen und Jammern auf. Du musst es noch nicht ändern. Nur bewusst werden. Das Bewusstwerden ist so wichtig, weil wir können nur etwas ändern, von dem wir bewusst sind. Ja, also zum Beispiel könntest du sagen, ähm, am Sonntag um 14.03 hab ich gesagt, Mann sollte mal den Rasen mähen. Rasen mähen. Interessant. Da hab ich Mann gesagt. Und um 14.45 hab ich gesagt, das war ein bisschen doof. Ja, Weichmacher, ein bisschen. Mann. Ja, das schreibst du einfach nur auf für drei Tage und dann an den nächsten vier Tagen gibt es ein ganz klares Verbot, diese Dinge zu sagen. Du benutzt stattdessen ich Sätze und beginnst den Satz ruhig neu. Du sagst zum Beispiel, man sollte mal den Rasen mähen und dann fällt dir das auf, ich könnte den Rasen mähen. Ich werde den Rasen mähen. Ja, das bringt dich direkt in die Kontrolle darüber oder auch statt das war ein bisschen doof das war verbesserungswürdig. Das kann ich besser machen. Ja, das wird dich direkt in den Fahrersitz bringen und du wirst direkt eine Veränderung spüren. Setz es um, schreib was du was du gelernt hast, was du wahrgenommen hast gerne in die Kommentare. Dann ich schau mir die Kommentare an und geb dir gerne Feedback dazu und ansonsten auch zusätzlich geh auf anyfriday.de slash selbstbewusst da gibt es die komplette Anleitung der gesamten vier Säulen jetzt schon gerade zum Download als PDF. Das heißt, du musst nicht jetzt bis zum nächsten Folge warten und übernächsten und übernächsten Folge, damit wir das Ganze hier durchgehen. Du kannst dir das jetzt schon alles durchlesen, du kannst es jetzt schon angehen und du kannst jetzt schon dein Leben selbstbewusst umkrempeln, die Führung über dein Leben übernehmen, die Führung für andere übernehmen und dadurch super charismatisch, super attraktiv werden, weil du selbstbewusst bist. Ja. Das soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, geh auf anyfriday.de slash selbstbewusst so, hier haben wir es nochmal und damit du die nächsten Folgen nicht verpasst, klick auf Abonnieren, klick auf die Glocke, und vielleicht möchtest du sogar morgen, ich glaube morgen und diesen Sonntag, diesen Sonntag gibt es auch wieder ein Live-Coaching mit Andi und mir und da beantworten wir dir all deine Fragen, das ist komplett kostenlos, den Link findest du auch in der Beschreibung und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. 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 Bis dann.